Hallo und grüße euch, ihr Gfundenen, und einen wunderschönen guten Vormittag, Mittag, Abend, Schrägstrich und die Nacht ist auch dabei und für alle, die es noch werden möchten, einige Lichtjahre von unserer Gfundenen Games Basis aus bahnt sich ein Krieg ein. Und dieser Krieg wird geführt um den ältesten und wertvollsten Rohstoff der Menschheit. Es geht um Sand. Oder besser gesagt, die Spur im Sand. Ich habe mir gedacht, es geht um Intelligenz. Bitte lass Hirn regeln. Wie jetzt? Warte, warte, warte. Was meinst du jetzt damit? Nein, nix. Wir sind bei Part Nr. 5. Wir haben das letzte Mal die Druidies um Verschick erledigt. Das nächste Mal, ich spreche jetzt, geht es weiter mit der Spur im Sand. Hinterlassen wir eine Spur im Sand. Hinterlassen wir eine Spur im Sand. Was ich jetzt noch weiß, ist das mal eine knackigere Mission als die vorangegangenen. Gott sei Dank ist sie nicht mehr fliehen. Also wir werden mal schauen, wie wir sie tun. Eine befestigte Wookie, ist die letzte Verteidigung gegen die Druideninvasion des Planeten. Angreifen. Punkt. Aber es kommt immer mehr auf die inneren Werte an. Die Spur im Sand, die 501, Punkt, hat den verteidigenden Wookies an einer wichtigen Raffinerie Verstärkung geliefert. Pünktchen. Meister Yoda koordiniert die Verteidigung dieser Anlage persönlich. Pünktchen. Einen Rückzug wird es nicht geben. Warum nicht, Punkt? Na, werden wir gleich sehen. Wie gesagt, es geht dieses Mal ein wenig happiger zu, würde ich mal sagen. Und zwar Vollgas. Vollgas? Als wir auf Kashin eintrafen, war alles so schlimm, wie wir befürchtet hatten. Die Druiden hatten mehr Waffen, die bessere Position und waren uns 5 zu 1 überlegen. Doch wir hatten nicht mit den Wookies gerechnet. Wir hatten natürlich Geschichten gehört, aber wir hatten nie neben ihnen gekämpft, die mit bloßen Händen einen Druiden ein Stück gereißen sehen. Sie waren großartig. Aber auch so war es Selbstmord. Bis Meister Yoda eintraf. Dann war es eine Schlacht. Eine Schlacht, die wir gewinnen konnten. Booyah. Kascha. Alles klar, Männer. Wir müssen den Brückenkopf halten, bis Verstärkung eintrifft. Kein Rückzug, kein Ausreden. Und was tun wir jetzt hier? Du hast mich immer nicht zurückgehört. Na. Nein. Mut zu hören. Zu was. Wie jetzt? Zu was, genau. Halt einer das Ding aus. Bitte, da ist ein bisschen eine Übermacht. Bööö. Bitte, wo geht es zu? Na, grüß Gott her. Jawohl, ja. Ich bin zu früh, ich bin zu früh, ich bin zu früh, ich bin zu früh. Wacker, 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 wacker. Wacker, 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 wacker. Wacker, 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 wacker. Wacker, wacker, wacker. Wacker, wacker. So, ich werde mich, äh, genau, wollte ich gerade sagen, mir einen Panzer mal genehmigen. Gönn dir! Ein kleiner Panzer. Zwei kleine Panzerchen? Du kannst übrigens zu mir kommen. Wir kennen den, wir können den zu zweit steuern. Toll. Wo bist du? Im Panzer. Wo ist denn? Bist du Duster? Ja, ich bin Duster. Das Komische, was doch drüber steht. Ja, das ist so... Nein. Das ist so... So geil. Geh weg, geh weg, geh weg, geh weg. Du musst danach sagen. Tod und Verderben. Der fliegt urschön geometrisch perfekt auseinander. Das gefällt mir. Geometrisch? Ja. Was greifen wir jetzt an? Hallo? Was fällt euch denn ein? Wenn wir dann da ein bisschen herumlähmen, also mit dem Panzer auf Infanterie schießen. Na komm. Ich bin wie immer voll im Bilde. Ja, absolut. Ich komme ja aus... aus Hink. Findest du das witzig? Ich finde das voll lustig. Also mein liebster Lieblingskollege neben mir, seine angestrengten Augen zeugen von größter und höchster Konzentration. Ja, pass auf, da wollen sie seinen Scharf schützen. Und... Wir dann einfach einmal aufs... Ja, schauen wir mal. Dann... Wir werden es eh sehen. Und wenn nicht... Das ist halt auch... Wenn nicht, war es halt auch witzig. Und YouTube lacht drüber, nehme ich an. Ja, sowieso. Ja, sowieso. Aber das... Da muss man sich einfach denken, weil es wurscht... Hallo? Wieso wurscht? Weil es wurscht ist. Habe ich etwa etwas anderes erkennen lassen, als absolut der totale Wurscht ist? Ja, du hast es mit deinen Augen gesagt. Und das... Aber geh! Sechs Sekunden vor Schluss. Oh ja, sechs Sekunden. Aber... Das... Ist doch nicht sehr nett. Diese verfluchten Scharfschützen. Müssen wir jetzt? Ruckzuck. Und zwar jetzt. Geh! Herrgott! Und Gottes Willen! Ich kämpfe ein bisschen mit der Stärkung, aber es wird. Wir müssen die Ölraffinerich um jeden Preis schützen, sonst geht ihr alles in die Luft! Ah! Ich werde wieder mal ein bisschen herum nehmen. Das wäre aber nicht so gut, würde ich mal behaupten. Hallo, Wookie! Sie wären gekommen. Genau, nämlich jetzt. Wo geht ihr hin, der Dreck? Mich deucht, ihr habt einen Anus. Ich deucht, ihr habt einen Anus. Na schon. Cool. Juhu. Ein bisschen was für die Kielstatistik tun. Ah, fuck! Wir rennen die... Na komm, Wookie ist rein. Genau, aus dem Grund, wollt ihr einen Bautzer haben. Wenn diese fetten Viecher dann wieder reinkommen. Hallo. Ech, 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 ech. Und so ein bisschen ein Panzerwahn ist doch auch was Schönes. Auch wenn es vielleicht ein bisschen gelähmter ist, aber ich sag nichts. Ich geh auch, ey. Tod und Verderben. Nein, heute sind wir mal heroisch. Dann trauen wir uns einmal um. Zuerst Verderben und dann Tod. Trauen wir uns das? Ja. Zuerst Verderben und dann Tod. Ich glaub, der Kanzer tut was für dich, oder? Hm? Ja. Ich glaub, du bist gestark. Da ist nichts mit Pension. Kannst hageln. Wer der Drecke. Ja. Da gibt's nur zwölf Stunden Hackeln pro Tag. Tjo. Das ist für Erb für am Tag. Ich mein, da kann man sich gleich sein lassen bleiben. Sein lassen bleiben. Mhm. Deutsch. Kann ich. Kann nun? Kann oder kann ich? Gut, der Panzer wird langsam ein bisschen hin. Also verabschieden wir uns. Tod und Verderben. Die Raffinerie sieht gut aus. Unsere Verstärkungen, ja, so weit wird. 37. Jössers! Ist jetzt nicht soo geraschend, aber... Es ist halt leider nicht der letzte Punkt, den wir machen müssen. Können wir heute nochmal einsteigen und werden... Naja. Stimmt. Ich habe mich glanzvoll drinnen bewährt. Glänzendst. 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 Oh Gott. Wie viel Schaden hinten der man da da hat. Na komm. Gar nicht, wenn man sagt. Ups. Auf dem Rücken verdruckt noch ein paar. Tot und verderben. Richtig. Na, natürlich wieder. Nicht schon wieder. Nicht schon wieder. Ja, Lot noch. und da ist gleich der nächste der schießt natürlich wieder ein warmes kämpft fußball, kämpft wir müssen ein bisschen Verstärkung entsparen wir haben da noch etwas zu tun und dafür gibt es sehr wenig Verstärkung ja, wir haben nicht viel Verstärkung, 1.30 ist nicht all zu viel ja, wir schauen, wo wir einen Yoda gebacken kriegen sehr skandalös mit seiner Yodalichkeit er hat gar nichts dafür dass du einen Yoda hast und so klar und wo es wichtig ist nein, wir haben ihn doch alle gern wir mögen ihn doch alles, wie er ist er ist halt auch anders, ne und? gebt ihm eine Chance ja, genau, wie man uns erzogen hat so von früher die Mama hat auch gesagt, man soll freundlich sein hat deine Mama das zu dir gesagt? warst du leicht unfreundlich? nein, eigentlich nicht ja, ja, ja ja, ja er war ein kleiner Rebell er war ja ja unbedingt bitte der ist unter Wasser das war geil die haben wir Sicht um heute auf händen, auf händen, auf händen, auf händen, auf händen und strecken oder auch nicht die Republik hat keine weitere Verstärung mehr übrig das geht jetzt irgendwie doch halbwegs oder? ich kann auch sagen warum weil du da bist weil ich so gut bin ja ja, was ist denn dieses spinnenartige Wesen? was tust du dann? tot und verdirbt und diese reinzugehen klar oder sind wir zuerst verdorben und dann tot? was haben die Illuminati damit zu tun? nichts gutes das kann ich dir flüstern mein Freund cannot attack ok foot sprain wow bitte dass ich keine bocke mehr scherzen ich habe den Bauchsch ALS XT über sein bitte darf ich dir keine bocke mehr drauf der Panzer war aber vorher noch nicht da nur dass wir das jetzt noch einmal fethalten gell? da brauche ich doch erstmal eine Pause foot sprain Ich habe das Internet gewischt Eine popastische Werbung, wie ich finde. Stimmt. Hast du auf jeden Fall was korrekt? Sicher ist das effizient. Aber ich wollte ihn töten. Aber ich wollte so. Ist das nur eine Mama-Wache? Genau. Geht sich das auf die Distanz aus? Sicher. Coole Sache. Und man fühlt sich dann, wie man das sieht. Ich habe die Mission letztens alleine gespielt. Ich bin geseitert. Wirklich? Ja. Weil du schlecht bist. Da hattest du noch nicht mich an deiner Seite. Wohl wahr. Durch die rechtzeitige Ankunft von Meister Yoda konnte die 501. die Linie gegen die Separatisten auf Kashyyyk halten. Wir gingen als Helden. Jahre später sollten wir als Eroberer wiederkommen. Das war dann aber nicht so freundlich. Überhaupt nicht. Na ja, da haben wir sich gut geschlagen. Es wird. 40 Kills, 22 Kills, super. Es wird. Vier Tode und sieben Tode. Was heißt das ganz rechte Zeichen? Ich habe keine Ahnung. Wo wir beide null haben? Vorher beim ersten Part ist da bei mir eins gestanden. Ich habe keine Ahnung, vielleicht... Nein, was halt. Keine Ahnung. Wenn ihr es wisst, schreibt es in die Kommentare. Gut, bin ich Abschlussorge, bin ich Überlebenskünstler, bin ich Staatsfeind und du bist der Adlerauge. Adlerauge. Ohne Brüm. Und ich bin kein Staatsfeind. Wer ist denn jetzt? Ich bin voll stolz auf mich. Kannste auch sein. Du wieder nicht. Ich bin auch stolz auf mich. Und du bist aber ein Staatsfeind. Warum bist du ein Staatsfeind? Sag's mehr. Sag's mehr. Sag's mehr. Sag's mehr. Sag's mehr. Okay. An dieser Stelle verabschieden wir uns wieder von den bisherigen Speicherdaten. Zurück ins Studio. Zu dir, Rainer. Na sein aber. Ha. Ja. Und so. Gut. Gut! Gut, gut. Gut. Gut, gut! gleichzeitig in derselben Schlucht auch noch die Auszeichnung Adlerauge zu erhalten. Verstehst? Das sind so Anzeichen wie We'll be good. Ja, oder schauen wir mal, dann sehen wir eh und es wird eigentlich schön langsam, aber stetig immer wachsend. Wie die Erektion von Doc. Und mit diesen wunderbar abschließenden Worten verabschieden wir uns und freuen uns im nächsten Part auf eine spannende weitere ist das wieder eine Weltraumschlacht? Nein. Wenn wir schon den Ausblick kurz wagen, im nächsten Part haben wir schon die letzte Mission für die Klonkriege. Was ich in Unterbau erinnert zu einem Film, das ist schon das, wo der Kenobi in General Grievous ausknipst, wie es da steht. Aber das schauen wir uns das nächste Mal an. Und jetzt können wir uns eigentlich nur noch verabschieden und würden uns sehr freuen, wenn ihr alle da draußen euren Daumen abschneidet und ihn uns in einem rechtwinkeligen, dreieckigen Glaskontainer gebt und uns das zuwerft. Wir freuen uns, denn wir haben einen rechtwinkeligen, dreieckigen Glasfetisch und freuen uns über solche Gegenstände, wenn wir diese ergattern können. Warum? Das wissen wir leider auch nicht. Deshalb... Du weißt schon, dass die Menschheit manches Mal Sarkasmus unempfänglich ist, oder? Wie? Dass man das für ernst nehmen kann. Solche Aufforderungen, solche... Schneidet euren Daumen ab, wartet, bis ihr ausblutet und anschließend holen wir dann euren Daumen. So können wir es auch machen. Insofern... Grüß euch. Und Tüneli. Grüß euch.